In den vergangenen 90 Tagen haben sich die Leben von drei Menschen auf den Kopf gestellt, nur weil sie in Bitcoins investiert hatten. Mehr als 13.837,45 Euro landeten in nur 24 Stunden auf ihren Bankkonten, nachdem sie sich online für meine Testversion angemeldet hatten. Und rate mal, die Tatsache, dass du diese Seite gerade siehst, bedeutet, dass du jetzt auch dem Bitcoin-Code beitreten kannst. Denn ich mache gerade die gleiche Testversion für dich, startklar. So wie viele Leute habe ich davon gehört, dass man mit Bitcoins Geld verdienen kann. Aber mir selbst Bitcoins zu kaufen, kam mir wie ein sehr langer und komplizierter Prozess vor. Als ich das Video von Sven sah, war ich so froh, endlich damit anfangen zu können, selbst mit Bitcoins zu handeln. Genau wie versprochen verdiente ich innerhalb von nur 24 Stunden exakt 13.034,48 Euro. Und das mit einer Startinvestition von nur 250 Euro. Jetzt kann ich stolz sagen, dass ich auf dem Weg bin, Millionär zu werden. Ich wurde für Svens Beta-Test ausgewählt und Mann oh Mann bin ich froh, dass ich dem Bitcoin-Code beigetreten bin. Ich benutze seine Software jetzt seit 37 Tagen und habe schon mehr als 400.000 Euro gemacht. Ich konnte mein Haus abbezahlen und auch die Ausbildung meines Sohnes. Ich konnte endlich meinen Job kündigen, den ich so sehr hasse. Und jetzt reite ich fröhlich auf der Bitcoin-Welle. Durch Sven wurde ich zum Anhänger. Ich hatte in ein paar Aktien, Gold, Geeks, egal was. Ich hatte es. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass es heute keine andere Investitionsmöglichkeit gibt, die solche Erträge liefert wie Bitcoins. Mit Svens System habe ich in nur etwa mehr als zwei Monaten 784.832,77 Euro verdient. Und ich musste nur mickrige 250 Euro investieren, um loszulegen. Das sind Pfennige im Vergleich zu dem, was ich jetzt verdient habe. Innerhalb der nächsten 30 Tage werde ich zum ersten Mal in meinem Leben Millionär. Eine Frage an dich. Hast du dich schon mal gefragt, wie reich du jetzt wärst, wenn du frühzeitig in Uber, Facebook, Apple, Airbnb oder Google investiert hättest? Jetzt kannst du aufhören, dir diese Frage zu stellen und dich fertig zu machen, weil du deine Chance verpasst hattest. Denn Bitcoin ist die neue Millionengelegenheit am Horizont. Und zwar eine Gelegenheit, die extrem umstritten ist. Die gleiche Kontroverse, die einmal Firmen wie Uber, Google, Amazon und Airbnb umgab. Aber die wenigen Glückspilze, die die Kontroversen ignorierten, lachten sich auf dem Weg zu ihrer Bank kaputt. Jetzt bist du an der Reihe, die Zeit zurückzudrehen und zu einem millionenschweren Bitcoin-Investor zu werden. Tausende von Menschen auf der ganzen Welt machen langsam aber sicher Millionen, indem sie in Bitcoin investieren. Und jetzt gibt es eine neue Welle von zukünftigen Millionären, die sich dazu entschieden haben, in Bitcoin zu investieren. Also, gut zuhören, denn in den nächsten drei Minuten werde ich dir zeigen, wie du innerhalb von nur einer Stunde 550 Euro machen kannst. Und auch jede Stunde danach. Rechne selbst. Das bedeutet 13.200 Euro auf deinem Bankkonto in nur 24 Stunden. Und du kannst noch heute kostenlos damit anfangen. So ist es. Kostenlos. Vergiss also deine Kreditkarte. Steck deine Visa-Karte weg. Schließe auch dein PayPal-Konto. Ich will dir nichts verkaufen. Siehst du eine in den Warenkorb legen-Taste auf dieser Seite? Ich glaube nicht. Aber bevor ich dich mit dieser bombastischen Investitionsgelegenheit vertraut mache, möchte ich ganz offen zu dir sein. Hier ist für uns beide etwas drin. Bevor ich dir verrate, was es ist, werde ich mich gerne vorstellen. Hallo, mein Name ist Sven Hegel. Ich bin Softwareentwickler, wurde Investor und Millionärsmacher. Vielleicht hast du mich schon mal auf den Titelseiten des Wall Street Journals von CNN und Forbes gesehen. Sie nennen mich den 100-Millionen-Dollar-Man. Und so fing alles an. Vor gerade einmal drei Jahren wusste ich noch nichts über das Investieren. Ich war ein einfacher, durchschnittlicher Softwareentwickler, der für eine große Wall Street-Firma arbeitete. Eines Tages kam mein Boss zu meinem Schreibtisch und forderte mich auf, an einer brandneuen Software zu arbeiten. Eine Software, die es seinen reichen Kunden ermöglichen könnte, mit Bitcoins zu handeln, ohne jemals tatsächlich Bitcoins kaufen zu müssen. Er sagte mir, dass dieses Projekt eine private Anfrage von ganz oben wäre. Also tat ich, was mir gesagt wurde, und ich erzählte niemals jemandem von dem Projekt. Ein ganzes Jahr lang arbeitete ich an der Top-Secret-Software Tag und Nacht. Zwei Tage, nachdem die Software online ging, passierte etwas Seltsames. Ich bekam einen Anruf von einer blockierten Nummer. Es war mein Boss. Er war unterwegs und sagte mir, dass ich mit niemandem über die Software sprechen dürfte. Wie sich herausstellte, hatte er niemals vor, die Software seinen Kunden zu präsentieren. Er hatte mich ausgetrickst und mich dazu gebracht, ihm seinen ganz persönlichen Geldautomaten zu programmieren. Da stand ich nun und hatte diese unglaublich mächtige Software, von der keiner eine Ahnung hatte. Also tat ich, was jeder tun würde. Ich probierte sie selbst aus. Ich startete mit einer Investition von nur 250 Euro. Nach nur einer Stunde hatte ich 550 Euro verdient. Und nach einer weiteren Stunde machte ich wieder 550 Euro. Und so weiter. Stunde für Stunde strömte mehr Geld auf mein Bankkonto. Ich hatte in nur 24 Stunden mehr als 13.000 Euro verdient. Und nach 90 Tagen war ich zum ersten Mal in meinem Leben Millionär. Dabei hatte ich niemals vor, Millionär zu werden. Aber wenn ich das schaffen konnte, dann kann jeder mehr als 13.000 Euro in nur 24 Stunden verdienen. Und darum möchte ich etwas Gutes tun und meine Software mit 25 Menschen teilen. Mein Traum ist es, 25 Menschen zu Millionären zu machen. Normale, hart arbeitende Leute. Wie du. Aber wenn du so bist, wie ich früher war, dann fällt es dir bestimmt schwer zu glauben, dass du in nur 24 Stunden 13.000 Euro verdienen könntest. Also werde ich dir jetzt live zeigen, wie man mit der Software Geld verdient. Als erstes eröffne ich ein neues Konto mit der Software. Das ist die gleiche Software, die du am Ende dieses Videos erhalten wirst. Jetzt werde ich 250 Euro einzahlen, damit du sehen kannst, wie sogar jemand mit einem kleinen Budget mehr als 13.000 Euro in 24 Stunden verdienen kann. Als nächstes klicken wir auf Auto-Trade, damit die Software automatisch auf dem Bitcoin-Markt handeln kann. Ich lasse die Software jetzt erstmal auf Auto-Trade weiterarbeiten und wir können uns den Kontostand nachher wieder ansehen. Während wir warten, würde ich dich gerne daran erinnern, dass ich in den nächsten 24 Stunden mit 25 weiteren Leuten sprechen werde und ihnen die Chance geben werde, bei mir mitzumachen. Jeder von ihnen wird innerhalb der nächsten 24 Stunden garantiert 13.000 Euro auf seinem Konto haben. Und das alles mit nur drei einfachen Klicks? Wie gesagt, diese Software arbeitet tatsächlich im Modus Autopilot. Und falls du dich jetzt fragst, das hier ist alles 100% legal und 100% ethisch. Ich will dir absolut nichts verkaufen. Was ich suche, sind ein paar langfristige Kunden. Kunden wie du. Unsere Mitglieder verdienen ihre Profite in der ganzen Welt. Und alles hat damit angefangen, indem sie ihr Konto aktivierten, genau so, wie du es jetzt tun wirst. Hier sind wir also wieder. Drei Minuten sind vergangen. Wie du sehen kannst, waren wir nur ein paar Minuten weg und der Kontostand liegt jetzt schon bei wahnsinnigen 360 Euro. Das ist ein Profit von 110,43 Euro in weniger als drei Minuten. Lass uns in 24 Stunden wieder zurückkommen, damit du diese unglaublichen Profite mit eigenen Augen ansehen kannst. Also, da sind wir wieder. Und in den letzten 24 Stunden hat sich unser Kontostand enorm vergrößert. Wir liegen jetzt bei unglaublichen 14.830,44 Euro. Lass uns hier klicken, um uns den Trade-Verlauf anzusehen. Wie du sehen kannst, waren fast alle Trades Gewinne. Es gab nur drei Verluste. Und darum ist das hier auch als die verlässlichste Trading-Software der Welt bekannt. Sie tradet mit einer unglaublichen Genauigkeit von 99,4%. Das bedeutet, dass es im Prinzip unmöglich ist, zu verlieren. Die Zeit läuft. Also will ich dich nicht länger aufhalten. Ich will dir nur kurz und genau erklären, was du als nächstes tun musst. Um jetzt sofort anzufangen, musst du einfach nur deine Daten in diese Seite eintragen. Unser Team kümmert sich um den Rest. Wir arbeiten für dich. Bist du jetzt also bereit, jeden Tag 13.000 Euro zu machen? 13.000 Euro ist sehr viel Geld. Und manche Menschen kommen damit gar nicht klar. Aber wenn du dafür bereit bist, dass dir jeden Morgen 13.000 Euro in dein Konto geflogen kommen, dann trage jetzt deine Daten auf dieser Seite ein. Und denke kurz darüber nach, wie du dich morgen früh fühlen wirst, wenn du mit über 13.000 Euro auf deinem Konto aufwachst. Du bist nur ein paar Schritte davon entfernt, dir jeden Luxus leisten zu können, von dem du schon immer geträumt hast. Du kannst unbegrenzte Luxusurlaube machen, dir die neuesten Technologietrends holen, dir Designerklamotten leisten, mit deinen Freunden in Privatjets rumdüsen. Hey, du könntest deinem Freund sogar ein Haus kaufen. Was auch immer du dir wünschst, es könnte bald deins sein. Alles, was du tun musst, ist, deine Daten auf dieser Seite einzugeben. Und dann erhältst du sofortigen Zugriff auf diese Software, die dein Leben für immer verändern wird. Wir werden dir Schritt für Schritt zeigen, welche Tasten du drücken musst, um mit den Profiten loszulegen. Trage jetzt deine Daten auf dieser Seite ein. Zögere nicht. Oder noch schlimmer, zweifle nicht. Du hast absolut nichts zu verlieren. Schau zu, wie die Profite in dein Konto strömen und gib jetzt deine Daten auf dieser Seite ein. Wir sehen uns drinnen.